Untertitelung des ZDF für funk, 2017 in einem sehr heiklen Projekt. Verdammt, das gibt's doch nicht. Die Kugel explodiert beim Aufprallen. Wie viel willst du dafür? Dafür komme ich in den Knast. Überleg's dir nochmal, okay? Verschwinde, Milo. Das ist ein Buller. Ich will, dass du ihm Angst machst. Alles geregelt. Du hast niemanden getötet. Ich muss mich bei anderen revanchieren. Was wollen die dafür? Fangen wir mal mit deinen Patronen an. Du bist dabei, mich zu ficken? Ich mach nur Liebe mit dir. Wie mit einem kleinen Mädchen. Spürst du schon meine Eier? Wir haben einen Überfall mit vielen Toten. Ich brauch deine Meinung. Der einzige Hinweis, den wir haben, sind die Patronen. Hast du solche schon mal gesehen? Nein. Schüsse! Hast du eine Idee, wer die sind? Wir werden wohl bei uns suchen müssen. Wir haben wenig Zeit rauszufinden, wer uns verarscht hat. Vincent, du bist ein guter Mensch. Dummheiten kann man ausbügeln, aber es kann sehr teuer werden. Schüsse! Wäre ich näher bei dir gewesen, wäre es nie so weit gekommen. Okay. 금